Servus! Ja, da sind wir wieder schön gestrandet. Kopf in den Sand gesetzt, wie so schön. Aber wenigstens ist der Popo warm. Wie so schön. Ja, wir müssen auch noch einmal klicken. Ja, erstmal das da lesen, was da am Baum hängt. Das ist ein Papier. Okay. Okay. Den Namen haben wir auch schon mal gehört. Das ist der Böse. Ah, da war der Text jetzt nicht so schön, weil er hat nämlich schon von den Kannibalen gesprochen. Ah, okay. Warum ist er eigentlich ein Boot? Das ist das mit dem The Herman. Es ist ein Sea Monkey. Warum rudert er da nicht weg? Keine... Paddel. Und da sind Palmen! Wie? I better leave it here. Gehen wir erstmal hin, oder? Ja, schau dich erstmal am Strand um, oder? Ich glaube, da ist nichts weiter. War denn links noch was? Strand. Nee, geht auch nicht. Also musst du da hinten in den Wald. Dschungel. Dschungel. Dieben Dschungel. Da ist der Affe. Ich sag jetzt mal nicht, dass das dir so eine Porritze aussieht, ne? Ja. Ja, hier, guck doch. Ja. Oh, irgendwie, ne? So ein bisschen. Affe. Schlucht. Ja, Schlucht. Nee, ich will da nicht runterfallen. Nein, Shin. Du willst nicht runterspringen. Geht da nicht. Gut, da ist ein Geier und noch ein Geier und ein Affe. Reikst du den Affen? Nee, ist meine Banane. Hast du die Banane geklaut? Nein. Wo musst du denn eigentlich hin? Ich kann hier hoch noch. Wo war das jetzt? Jetzt ist noch ein anderer Strand. Da liegt was. Schauerzettel. Es ist auf der Lederstelle. Zu der Ghost Pirate Lechok. Wir müssen dich wieder fragen, dass du deine nachtliche Aktivitäten in der Sacred Monkey Head-Area hast. Decentere Menschen versuchen, zu schlafen. Kindlich, schau das Lederstelle an. Noch ein Menno. Die Monkey Island-Kannibals. P.S. Wir haben dich gesehen, dass du die Frau mit dem Schraub anziehen hast. Wie kann man bei so einer Insel von Ruhestörung reden? Hm? Schau an das fantastische Schiff da draußen. Warst du in das? Du bist braver, als du siehst. Oder blöder. Ich würde fast schon Stan erwähnen. Vielleicht kennt er den ja auch. Muss ja eigentlich. Nicht unbedingt. Okay, bye. Äh, ja, doch. Der kennt den. Weil so schnell, wie er darauf reagiert hat und sagte, ich muss jetzt gehen. Gehen wir wieder in den Dschungel. Ich denke einfach nur, weil das ein bisschen doof ist. Weil was ein bisschen doof ist? Dass er ein bisschen doof ist. Das ist ja auch nichts Neues. Er hat ja auch schließlich nicht gesehen, dass wir im Sand feststecken. und hat mit unserem Arsch geredet. Also, so schnell will ich in echt auch sein. Ein Seil kann man immer gebrauchen. Sehr verrostet. Ich glaube, es wird funktionieren. Ähm, was wird das machen? Das scheint nicht funktionieren. Plup. Das scheint nicht funktionieren. Das scheint doch überall auch. Ja, klar. Natürlich, I don't think you had anything to do with it. I'm sure it's just a coincidence that you came in here to prowl around right after some mysterious person dirty on my nice green floor. Er warst der Apfel. I saw a monkey leaving here. He must have done it. You don't fool me, Sonny. Was? Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Ja. Nein. Listen to this guy. In my son kind of castaway. Ha! Mit dem reden Sie da? Das ist eine gute Idee. Who are you talking to? Why, the people watching, of course. Um, My name's Toothrot. Herman Toothrot. I live here. Herman the German. Were you stranded? Do you think I stay here for my health? Ja, na klar. Oh, boy. Was ist mit ihren Hosen passiert? Interessiert uns das wirklich? Ja. What happened to your pants? What pants? Was für Hosen? Das macht mir jetzt Angst. I'm Guybrush. I'm here to rescue someone. Well, here I am. Glad you came to rescue me. Dich wollen wir nicht retten. Though you might have been a bit earlier. Nur ein bisschen. Find on that overdue library book should be pretty big by now. Let's go. That's not exactly what I meant. I sailed here in pursuit of the governor of Melee Island who's been kidnapped by a ghost. A ghost map. Oh, nein. Don't rescue me. I like it here. The rain on my head. The wind at my back. The bugs on my plate. Um. Well, perhaps I could take you back too. But I'll need to find the governor first. Oh, that's no problem. I'm sure she's on the ghost ship in the secret underground hideaway. Really? Well, how do you know this? How can I get there? Easiest way in is through the big monkey head idol. I went in there myself years ago. You'll need a key to open the thing up. I got one from some of the locals. Mm-hmm. Here gives it a book, right? Yeah. So you're not the only one on the island? We're not the only one on the island? I'm the only civilized person on the island. There's a native tribe of hunter-gatherers. Well, head hunter-gatherers actually. But I don't talk to them. They are cannibals, but they're not dangerous. Aha. Unless you lend them something. Nichts leis. Aha. I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? Nein. Hast du noch nicht erwähnt. Was ein Bananenpflücker? Einen Affen? You say you got a key from the locals? I lent my banana picker to them and they never gave it back. As collateral, they gave me this enormous cotton swab. It opens the big monkey head idol they worship. Not like I ever need to go into the monkey head. But if they want it back, I've got to have my picker first. Gut, damit müssen wir schon was von machen müssen. Wir müssen den Pflücker finden, ihn geben, damit wir dieses Stäbchen kriegen. Ja. Why don't you just give me the key to the monkey head? Natürlich nicht. No. I needed to get back my banana picker. I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? Jetzt hast du es gemacht, dass er sich wiederholt. Ja, entschuldigen. Wollen wir wissen, wie er hier gestandet ist? Nein, wir wissen es doch. Excuse me, I got some pressing business to attend to. Oder nicht? Yes, me too. Der war halt auf dem Boot, ist er hingekommen und fertig. Nothing to look at here. Gut, dann können wir hier wieder weg. Ach, vor allen Dingen, er hat so ein großes Schiff, ne? Ist zwar ein Haufen Müll, das Schiff, aber da passen ja noch ein paar Leute drauf. Da kommt so auf ein oder zwei Leute mehr, die greifen auch nicht drauf an. Ne. Will man meinen. Upsala. Muss ich aufpassen. Warum? Tatsächlich, wenn ich hier rüber an den zweiten Monitoren klicke, dass ich nicht aus dem zweiten Monitor anklicke. Boah, es ist sicher heiß hier. Noch ein Zittel. Den interessanten Stein, okay. Ja, da müssen wir ja gerade betreten, ne? Lass mich mal kurz gucken. Ja, darüber, ne? Und dann die Treppe hoch, ne? Ja, ich wollte gucken, ob wir trotzdem vorher noch was sind. Ich habe ja nichts gesehen, deswegen war es für mich logisch. Ja, warum? Hey, ich kann mein Schiff von hier sehen. Das ist unrelevant. Ich will einen Hunker-Junk. Was soll sie jetzt machen? Das Schiff interessiert uns gerade nicht. absolut nicht. Es geht nicht weiter. Okay. Wobei, wir könnten es eigentlich kurz machen wegen den Idioten auf dem Schiff, aber nein. da ist mein Schiff zu der links und der große Baum zu der rechts. Mhm. Mhm. So müsste es jetzt richtig sein. Also sollst du jetzt den Stein auf den großen Baum werfen? Ja. Wir könnten auch das Schiff theoretisch platt machen. Wo springst du jetzt runter? Äh, nein, ich muss den Felsen da gleich runterkicken. Der geht mir auf den Sack. Es ist aber auch eine schöne Aussicht. Ja, das schon, ne? Ja, es ist eine schöne Aussicht. Aber was wäre ein Let's Play von uns, ohne dass ich irgendwo runterstehe, stürze? Deswegen machen wir uns jetzt mal kurz gehen prober. Ach, naja, es gibt schon was. Warum nein? Warum? Plump's! Oh nein, diesmal hast du es wirklich vermassert. Schätze, du musst nochmal neu anfangen. Ich hoffe, du hast gespeichert. Wow. Unten war ein Gummibau. Ja, es war doch früher so in den ganzen Ähm, Adventures, dass man oft speichern muss und so alles wenn man drauf geht oder sonst. dann musstest du an der Stelle, wo du zuletzt gespeichert hast. Genau, aber hier im Monkey Island gibt es noch eine Stelle, wo man drauf gehen kann. Und jetzt ist die hier? Nein. Oh. Die hatten wir schon, das unter Wasser, diese 10 Minuten, wenn man so lange warten würde. Okay. Okay. Deswegen, das ist so ein kleiner Kek da drin. Was würde ich mit einem großen Rocken wollen? Gut, dann schubsen, 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 wo haben wir denn? Okay, drücken. Den Stein. Wow! Sieht, wie es das große Bananatree on the beach. Look at the odds against that are incredible. Also ganz ehrlich, wirklich, von da nach dort zum Strand in den Welsen ist eigentlich sehr unrealistisch. Es ist Spielelogik, ich sag ja nichts. Und jetzt hast du den Bananenbaum getroffen und jetzt kannst du ihm ganz viele Bananen schenken. Nein. Warum nicht? Da ist er nach unten. Es kann sein, ich muss mich kurz Beine, oder? Ich erwähne es nur nochmal an dieser Stelle übrigens, das hier auf der Insel ist der Part, den ich so am wenigsten gemacht hatte, deswegen habe ich das nicht alles im Kopf. Das ist ja auch schon eine Weile her, dass du es gespielt hast, oder? Zuletzt, ja vor ein Jahrzehre habe ich das das letzte Mal gespielt. Und davor? Dann schon ein paar Jährchen mehr. Ich meine, ich muss nämlich noch das Schießpulver nehmen. Ja, volles Flash hier, ey. Da! Ach, der Tür in der Nähe. Ja, weil du so viele Türen hast. Okay, kannst du das? No! Entschuldigen Sie, ich habe was ein bisschen Pressing-Business zu betrachten. Ja, ich auch. Ja, klar, du auch. Genau, das Schießpulver kann ich wahrscheinlich nämlich... Ja. Kann ich noch was nehmen? Ich habe genug. Okay. So, gehen wir jetzt nochmal zum Strand und gucken mal an, was wir mit dem Baum gemacht haben. Der hat ihn kaputt gemacht, oder? Das ja. Ich meine, was passiert denn sonst, wenn du so einen riesigen Felsen irgendwo gegenwirfst, schleuderst? Nochmal Bananen. Ich glaube, wir mussten den Affen nämlich drei Bananen geben und die haben wir jetzt. Und dann hilft dir der Affe? Gib Bananen. Ein. Ja. Das hat die Schale auch mit Schlupf. Die kann man essen. Kann man? Ja, ich glaube, wir könnten die aber nur essen, glaube ich, wenn wir die braten. Also kann ein Affe die wohl auch so essen. Aber für dich sind Bananen eh eklig, also zählt das nicht. Okay, nein, wir brauchen noch was. Ein Seil, um den Affen zu fangen. Weißt du denn, wo der Dings gelandet ist? Also wo der Baum war? Ähm, nein. Wo kann es noch hin? Da. Naja, hier kann ich nicht mit nichts interagieren. Aber theoretisch kann... Genau. Das scheint nicht zu funktionieren. Was willst du denn machen? Ich bin kein Geologer, aber judging by these concoital fractures, I'd say this is a piece of Flint. Doch genau dann. Okay, nein, so nicht. Hä? Was willst du denn machen? Ich will eigentlich, ich hab jetzt hier Schießpulver hingekommen. Und das ist ein Feuerstein. Mit Eisen oder Stahl. Da. Das da. Ja, das ist doch eher. Ja, Ah, okay. Einfach so. Ah, hast du es ja geschafft. Da hätte er sich da auch hintreiben lassen können, wenn du sowieso Regen gehst, aber wieder ins Zettel. Sieht doch da sehr hübsch aus. Ist klar. ein bisschen. Ja, was ist mit ihm passiert? Klar, tot, aber warum? nasty accident. Ja, Ja, man hat halt nichts Neues wieder. Außer du willst wirklich wissen, wie er da gestrandet ist. Die haben sich wahrscheinlich gekloppt oder so, weil sie beide verrückt geworden sind. Was siehst du mit diesen ganzen Seilen? Was siehst du nicht? Wobei ich ja jetzt sagen würde, dass du ein Seil benutzt, um da irgendwie rüber zu kommen oder sowas. Na gut, oder auch nicht. Schlucht Nutzer Seil damit sammelt. Und du da runter kannst. Und das da unten auch sammelst. Mhm. Was soll das da unten sein? Ist das ein Kreuz? Nein, das ist kein Kreuz. Und hier sieht das wie ein Kreuz aus. Paddel. Zwei Paddel. Paddel? Yay, jetzt kannst du überleben. Ein Boot gibt es ja auch schon. Ja, und da ist der Gummibaum übrigens, auf den wir gestürzt sind hier. Voll weit weg von der, wo wir waren, aber ja. Keine Bananas hier. Es sagt Captain's Log, March 10. Erst Mate Toothrot und ich haben been searching und das ist die letzte Entry. Harolein. Er geht ganz vorsichtig, erschreck ihn nicht. Ja, Haro, wir sind hier gerade mitten in der Aufnahme. Was können wir für dich tun? Er wollte bestimmt hier wieder hin. Geh einmal durch. Schnuppe, schnuppe. Du bist das vollidiot. Nimm ihn mal bitte. Ja, kann ich nicht, weil ich habe Angst, dass ich dann irgendwas erwische. Was willst du schon erwischen? Ja, alles. Siehst du, die Maus geht schon los. Du bist dahin geschwommen. Ich glaube, hier rum ging es. Komm, wir gehen jetzt in den Pupsi rein. Du hast ihn wo hingesetzt wo er nicht mehr raus und weg kommt. Er kommt nicht weg. Er braucht deine Hilfe. Er fällt. Na, dann fällt er. Es ist eine Es ist eine Memo. Ja, okay, was steht drin? Von Yammer, Hem und Ha, Attorneys in Law. Soll gegen Kannibal tribe über malicious Tossing deiner Ores in einen Kasm. Na, jetzt weißt warum wir da nicht mehr oder beckern. Er hat die verklagt mit Flaschenpost? Gerichtsdeutsch. Ich will die Flasche haben. Eine dreckige geile Flasche, brauchen ich. Ich will ich nicht. Irgendwas war da noch wegen dem Oten oder kommt das erst später? Naja, drei Bananen hast ihm schon gegeben, also das sieht sehr wichtig aus, dieser Teil der Insel. Ja, wird er später auch noch. Ich sag mal nicht, wie es aussieht, naja, schon gut. Hä? Ah, nee. Dass er nur so langsam paddelt. Ja, laufen tut er schnell, ne, aber paddeln, ne, er hat halt Kraft in den Beinen, nicht Kraft in den Armen. Naja, sieht schon lustig aus wie der Sommer. Also in der Zeit könnte man sich fast einen Tee machen. Ja. Und das sagen wir noch ein bisschen öfter. Wenigstens kann er da auch lang schwimmen. Stell dir vor, er könnte nur da, wo es nicht so tief ist, schwimmen. Äh. Wo musst du jetzt hin? Bitte sag nur zum Strand. Ah, jetzt gehst du schnell. Ja, warum auch immer. Cannibals. I'm not giving you bloodsuckers your key to the monkey head until you return my banana picker. H.T. Ah, ich hab mal ne Frage. Hm? Er sagt, er ist der einzige zivilisierte Mensch auf dieser Insel. Warum schreibt er denn diese ganzen Zettel? Die können die Kannibalen das sowieso nicht lesen. Oder? Ja. Ich hab ne schlimme Vorahnung. Die wollen uns bestimmt fressen. Mhm. Da sind noch Früchte. Banana! Kannst du auch die Äpfel nehmen? Nein, danke. Der Rest ist nicht gut. Ich will nicht mehr zu diesem Ding. Es könnte booby-trappet sein. Na, jetzt schnell weg, bevor die Kannibalen auftauchen. Tja. Is that a banana in your pocket? Or are you just glad to see us? No. You've got a lot of nerve stealing from the notorious Monkey Island cannibals. You're cannibals? Yikes! Well, yes. Although lately we've been trying to stay away from red meat. Only for health reasons. We're still as vicious as ever. Oh, especially with tourists who try to steal our stuff for souvenirs. Well, what do you have to say for yourself? Ich mich nicht. Nein, wir nehmen das typische. Hinter euch, ein Dreiköpfiger Afe. Funktioniert bestimmt. Look behind you, a three-headed monkey. Hey. Naja, kann ich rumgehen? I wouldn't push it if I were you. Dann esst mich nicht, ich bin eben. Look behind you, a three-headed monkey. Äh. Ha. We're not going to fall for that old trick again. Oh, Menno. I guess we'll eat you now. Unless. If you had some sort of offering for us. Something that we could pass on to the great monkey. Ja, wir haben doch Bananen. Well. Äh. Tut mir leid, haben wir nix. Wieso, was wollen die denn haben? Bananen? That's hardly an artifact worthy of the great monkey. Wollen sie nicht. You ain't going nowhere until you give us something. Obviously you have nothing for us. We might eat you. We might let you go. Ja. We'll have to talk about it with the village nutritionist. Mwah. Come. Hät euch um. Let me show you our guest hut. That should do it. Jetzt ist er weg. Das aber der Bananenpflücker. Dass er sich sowas überhaupt gebaut hat. Bauen konnte. No thanks. They still got some meat on them. I don't think hanging myself is the answer. To the ghost pirate Lachuk. To the ghost pirate Lachuk. We must protest your acquisition of our voodoo anti-root. We realize that it presents a hazard to you and your crew. But this is thievery. Sagen die, die selber klauen. Ja. Die haben wir mal in den Flüger geklaut. Nicht zurückgeben ist ja quasi diebstahl, oder? Gut, ich würde sagen, wir speichern jetzt hier. Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir rauskommen. Ich würde sagen, durch diese supertolle Fenster, aber... Nein, kommen wir nicht durch. So unlogisch ist es doch gar nicht so fett. Egal. Ja gut, wir werden es ja sehen. Ja gut, dann wird da wohl eine Falltür oder sowas sein. Das wäre mein zweiter Gedanke gewesen. Dann speichere ich hier ganz kurz, bevor Kiso hier Scheiße baut. Und dann schauen wir mal, was wir mit den Kannibalen und so noch machen. Auf jeden Fall geben wir den Bananenvöcker zurück. Also kriegen wir dann eigentlich auch den Schlüssel. Eigentlich. Ja, vielleicht. Ja, mal schauen. Also, dann. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.